Seien wir mal ehrlich, so gut wie jeder von uns hat bereits mal die Werbung von den Crete Chimea Reizdarm Pro Kapseln gesehen. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, schau sie dir an, da in diesem Video gehe ich genau auf diese Kapseln ein, ob diese wirklich gegen einen Reizdarm was tun können und analysiere genau die Inhaltsstoffe. Sehr viele Leute leiden heutzutage unter dem Problem Reizdarm. Laut einer Befragungsstudie aus Deutschland leiden 17% an dieser Erkrankung. Das ist auf jeden Fall eine Menge und diese Erkrankung muss eigentlich nicht sein, da sie kann mit der richtigen Ernährung behandelt werden. Und da gibt es ja immer wieder neue Produkte, die gegen den Reizdarm helfen sollen. Ob diese nun wirklich sinnvoll sind, hängt von den Inhaltsstoffen ab. Also heute analysiere ich genau die Inhaltsstoffe von den Reizdarm Pro Kapseln von Crete Chimea. Laut den Herstellern ist ein spezieller Bakterienstamm namens B-Bifidum H-I-M-M-BD75 in hitzeinaktivem Zustand drinnen. Hitzeinaktivierung ist einfach eine Methode, mit der man schädliche Bakterien oder schädliche Stoffe hemmen kann, wie töten kann. Also töten klingt jetzt ein wenig extrem, wie man die abhemmen kann, dass die das Wachstum der Bifidobakterien nicht schädigen und dass die einfach gut gedeihen. Noch dazu sind Maistärke und Hipromylose drin. Aus diesen zwei Stoffen besteht einfach nur die Kapselhülle. Ein Magnesiumcitrat ist ein weiterer Bestandteil. Dieser dient einfach als Schmiermittel für die Maschinen. Weil wenn zum Beispiel bei den Maschinen Pulver hergestellt wird, weil man kann zum Beispiel auch die Bifidobakterien, die kann man dann auch in Pulver verwandeln. Und wenn jetzt bei den Maschinen dann das Pulver hergestellt wird, dann gibt es da so, halt die Maschinen, die gehen halt so zusammen und dann geben die halt Magnesiumcitrat drauf. Das ist einfach ein Schmiermittel, dass das Pulver halt nicht da kleben bleibt. Und deswegen ist das drinnen. Es ist so ungefähr einen Prozent in den Kapseln enthalten. Siliumdioxid ist auch noch drin, das ist ebenfalls einfach ein Schmiermittel. Die letzten zwei Inhaltsstoffe sind Tintan, Dioxid und Eisendioxid. Diese dienen einfach als Farbstoff oder können sogar die Kapsel durchsichtig machen. Das war eine lange Liste mit sonstigen Bestandteilen. Oder nicht? Wenn diese nicht drin wären, würde das Video natürlich um einiges kurzer werden. Aber da ich dir in diesem Video alles erklären will, was da wirklich drin ist, habe ich sie dir auch aufgezählt. Naja, jetzt weißt du, was diese komischen Begriffe alles bedeuten. In den sehr geringen Mengen, in denen sie enthalten sind, sind sie nicht schädlich. Dies wurde noch bei keiner Studie nachgewiesen. Nun habe ich genug über die Nebendarsteller geredet. Kommen wir zu dem Hauptdarsteller, die Bifidobakterien. Spielt diese seine Rolle wirklich gut? Es gibt ja die Bifidobakterien. Bevor ich dir erkläre, was diese im Körper machen, zeige ich dir zuerst eigentlich, was der komische Begriff auf dieser Verpackung überhaupt bedeutet. H-I-M-I-M-B-D-75. Ein langer Begriff auf jeden Fall. H-I bedeutet einfach Hitze inaktiviert. M-I-M-B-D-75 bedeutet laut dem Hersteller, also ich habe extra nachgefragt bei Ihnen, dass ich auch wirklich dir gute Informationen geben kann. Das ist einfach ein spezieller Bakterienstamm. Aber dazu muss ich jetzt sagen, ob das jetzt dieser Bakterienstamm ist oder ein anderer, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, da alle Bakterienstämme von den Bifidobakterien eigentlich gut für die Darmflora sind. Diese Bakterien kommen sogar auch in natürlichen Produkten vor, wie zum Beispiel das Sauerkraut. Was machen nun diese Bakterien eigentlich in unserem Körper? Diese produzieren Milchsäure und schützen uns so vor Eindringlingen, vor unerwünschten Eindringlingen. Noch dazu produzieren sie lebensnotwendige Vitamine und Enzyme. Bei Säuglingen, die natürlich zur Welt gekommen sind, besteht die natürliche Darmflora sogar noch zu ca. 90% aus Bifidobakterien. Bei einem Kaiserschnitt, also wenn der Säugling nicht mehr durch den Geburtskanal der Mutter gegangen ist und dadurch nicht die wichtigen Bakterien abbekommen hat, dann ist die Darmflora nicht besonders ausgewogen. Das ist der Unterschied eigentlich bei einem Säugling oder allgemein, wie von Geburt an eine gesunde und eine eher unausgeglichene Darmflora zustande kommt. Bei einer natürlichen Geburt erhält der Säugling durch den Geburtskanal alle wichtigen Bakterien und hat auch eine gute Darmflora. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Mutter gut ernährt hat und dass diese auch eine gute Darmflora gehabt hat, weil diese wird natürlich vererbt. Und wenn da bei ihr auch schon die Darmflora nicht optimal war, dann ist das wahrscheinlich bei dem Säugling auch nicht so. Und bei einem Kaiserschnitt ist diese eben sehr unausgewogen, da ihm einfach die Bakterien fehlen. Aber wenn man jetzt einen Kaiserschnitt hatte oder wenn man durch einen Kaiserschnitt geboren wurde, kann man trotzdem viel tun, dass die Darmflora wieder ins Gleichgewicht kommt mit einer gesunden Ernährung allgemein. Und dann hat man auch keine Probleme mehr mit dem Darm und vererbt natürlich auch die gesunde Darmflora an seinen Kindern weiter. Nun, die Bifidobakterien sind ja die Hauptdarsteller des Produktes. Diese sind sehr wichtig für eine intakte und gesunde Darmflora. Ein sehr wichtiger Punkt, welcher ich finde jedoch viel zu wenig genannt wird bei solchen Produkten. Die Bakterien, die Bifidobakterien ernähren sich ja auch von etwas. Die können ja nicht nur von Luft und Wasser leben, die brauchen auch Nährstoffe. Und wer hätte es gedacht, die Nahrung von diesen Bakterien sind die Ballaststoffe. Ballaststoffe kommen zum Beispiel in Zwiebelgewächsen, Schwarzwurzen, Artischocken, Spargel, Zichore, Getreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse vor. Kritschimer Reizdarmbrow kann eine hilfreiche Ergänzung sein bei Reizdarm. Jedoch als alleinige Therapie ist es zu wenig. Du kannst dir das so vorstellen. Kritschimer Reizdarmbrow ist ein Dünger. Wenn eine Pflanze einen schlechten Boden hat, einen sehr nährstoffarmen Boden, dann kann der Dünger auch nicht viel machen. Dann wird die Pflanze trotzdem schnell alt werden, schnell faul werden. Dann wird da kein gutes Wachstum zustande kommen. Wenn jedoch der Boden sehr gut ist, sehr nährstoffreich und dann noch ein gutes Düngemittel dazu kommt, dann kann die Pflanze davon sehr profitieren. Genauso ist es bei den Kritschimer Reizdarmbrow. Eine gesunde Ernährung, eine nährstoffreiche Ernährung muss als Basis da sein, da sonst das Produkt selber eigentlich keinen nennenswerten Nutzen hat. Also bei einer gesunden Ernährung, da ist es sehr gut. Da kann man dieses Produkt einsetzen und sehr gute Erfolge erzielen. Aber ohne die Ernährung kann man sich das eigentlich sparen. Nun, wie sieht eine darmfreundliche Ernährung eigentlich aus? Dazu bringe ich auf diesem Kanal in nächster Zeit ein Video raus, wo ich genau erkläre, wie diese eigentlich aussieht. Eine wirklich darmfreundliche, darmaufbauende Ernährung. Also sei gespannt, es kommt bald auf diesen Kanal raus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest vielleicht das eine oder andere Hilfrache für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du in den Kommentaren schreibst, was du über das Thema Mikrobiom und allgemein solche Mitteln denkst. Und über ein kostenloses Abo würde ich mich auch sehr freuen. Mach's gut, hau rein, bis zum nächsten Mal.